Berg-Rallye-Volzberg, hier beim Start, die Motoren laufen heiß. Man versteht sein eigenes Wort nicht mehr, aber Kreativ-Video für Sie, wie immer, mit dabei. Herr Werner Jutz, Sie sind Mitveranstalter und fahren auch selbst. Ja, das stimmt. Ich und mein Kollege veranstalten das Ganze und die Zusatzbelastung ist das Fahren halt auch noch. Vorige Woche Truck-Trail, heute Berg-Rallye-Volzberg. Du bist bei jeder Motorsportveranstaltung dabei? Ja, fast bei jeder, aber es hat sich auch angesprochen, dass ich ein bisschen Motorsportverrücks bin. Außerdem ist es wichtig, dass wir für jeden etwas haben und anbieten können in der Stadt. Und ich muss dem Verein, der das ausrichtet, gratulieren. Die machen das perfekt. Vorbereiten ist beim Heimrennen immer ein Problem, weil wir die ganze Woche aufbauen und es ist mit Erholung, es ist nicht wirklich da. Ein paar Minuten vorher konzentrieren wir uns, machen wir ein kleines Interview und dann fahren wir halt am Berg rauf. Ja, speziell ist es alles selber gebaut. Ich habe keine Tionen dabei und ich probiere mit wenig Aufwand, ein bisschen was zu erreichen. Es ist sehr rutschig und auch relativ schnell. Also ist das ein bisschen für den Nerven. Wir haben jetzt die Vorwerkseinstellungen geändert und Reifen gewechselt. Und warum macht man das? Es hat einfach unfahrbar war im ersten Trainingslauf. Jetzt haben wir ein weicher Getrehen und jetzt funktioniert es. Jetzt haben wir ein Problem bei den Getriebeschaltern, aber das wollen wir gleich haben. Sie waren beim Start, also der Letzte? Ja, ich habe die Startnummer 1 und da komme ich als Letzter dran. Es geht umgekehrt. Ja, der Letzte. Der Vorjahssieger ist der Letzte, was da fährt. Ja, und wieso sind Sie jetzt schon da? Es ist sonst niemand hier? Weil ich sofort umdrehe und sofort wieder zurückgefahren. Und was ist das Besondere an Ihrem Motto? Können wir den einmal sehen? Ja, das ist jetzt DNA. Das haben wir gestern erst eingebaut. Das Besondere ist der Landschirmmotor. Das ist alles angefertigt. Die Laderluft, die Ansaugung, der Auspuffkrömer, der Kühler, das ist alles angefertigt. Hat ca. 600 Ops und beschleunigt, glaube ich, ca. 7 Sekunden von 0 auf 200. Was fasziniert so ein Auto? Ein Auto ist einfach die Geschwindigkeit und der Spaß am Fahren. Was ist das Besondere an der Bergrallye? Na ja, vor allem die Strecke, aber auch der Einsatz des Teilnehmers. Das sind ja noch im Wesentlichen Schöpfen. Die Leute machen das ja nicht als Beruf, sondern die schrauben Tag und Nacht, sind wochenlang unterwegs und die machen das mit Herz und Einsatz. Und das fasziniert besonders. Ja, im Prinzip, es muss der Eingang passen und der Ausgang. Wenn man es zügig durchfährt, schön mit Schwung, dann nimmt man einen Schwung mit, ist auf der Geraden auch schneller, kratzt wie bei meinem, wenn ich weniger Leistung habe. Und wenn ich ein Gig habe, habe ich ein gutes Resultat, wenn ich im Ziel bin. Kann eigentlich sehr wenig passieren, weil wir haben ein Glas verstrebt, wir haben einen Helm auf. Es normal passiert nicht viel. Wir haben einen Helm auf, wir haben einen Helm auf.